Ende Februar bin ich noch guter Dinge aus meinem Japan-Urlaub zurückgekommen und habe angefangen zu lernen für meine nächste Prüfung Mitte März. Um das Fazit vorwegzunehmen, diese Prüfung hat bis heute noch nicht stattgefunden. Fast zwei Monate später leben wir alle mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und das macht natürlich nicht Halt in der Uni und wirkt sich natürlich auch auf das Studieren aus. Herzlich willkommen zu einem Video, das in seiner Art auf meinem Kanal längst überfällig war. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Wild Truth. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Die letzte Episode liegt fast fünf Monate in der Vergangenheit, was für mich selbst auch ein neuer Negativrekord ist. Die Gründe dafür stelle ich jetzt gleich schon ans Ende des Videos, denn das Thema heute, das ist wesentlich wichtiger. Studieren in der Zeit einer Pandemie, studieren in der Zeit von Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktverbot von geschlossenen Unis und Fernstudium. Ich möchte heute mit euch in diesem Video über die Einschränkungen und auch die neuen Lösungen reden, die sich sowohl meine Uni als auch viele andere Hochschulen und so weiter einfallen lassen müssen, um irgendwie den Hochschulbetrieb am Leben zu erhalten. Es hier soll kein allgemeines Video zum Thema Corona werden, davon gibt es schon genug, sondern ich möchte mit euch heute auch in den Kommentaren gerne gezielt nur über die Auswirkungen auf den Unibetrieb und alles, was damit zu tun hat, reden. Weil es hier so unglaublich viel zu besprechen gibt, benötigen wir für dieses Video unbedingt eine Gliederung. Ich möchte deswegen mit euch am Anfang erstmal noch ein bisschen zurückblicken auf die letzten zwei Monate, wie sich alles entwickelt hat, bis wir zum Punkt kommen, wie jetzt alles ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir beginnt nächste Woche Montag, also morgen, wieder die, naja, also unter normalen Umständen Vorlesungszeit, Präsenzzeit in der Uni, die natürlich komplett anders ist, wie sie normalerweise ist. Anschließend möchte ich auch noch auf die Auswirkungen auf mein eigenes Studium zu sprechen kommen und warum die letzten fünf Monate keine Folge dieses Podcasts kam, aber first things first, wie hat das überhaupt alles angefangen? Ich habe mich selbst mit dem Thema Corona schon recht früh beschäftigt, wahrscheinlich sogar wesentlich früher als die allermeisten hier in Deutschland. Sogar bevor die ersten, sage ich mal, bekannten Fälle in Bayern unterwegs waren hier in Deutschland, mussten wir uns schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, weil wir ja nach Japan geflogen sind im Februar. Und schon zu der Zeit war es so, dass an Flughäfen nochmal extra herausgewunken wurdest, wenn du dich zuvor in China aufgehalten hast. Nun gut, zu der Zeit hatten wir in Tokio nur wenige Infizierte. Das bekannteste war vielleicht noch das Kreuzschiff in Yokohama. Lustigerweise waren wir sogar in Yokohama. Auch als wir zurückgekommen sind, war noch alles so weit normal, aber Stück für Stück hat man dann die ersten Auswirkungen gemerkt. Eine Sache, die mich am meisten betroffen hatte, war die Schließung der Bibliothek, beziehungsweise erstmal die Schließung der Gruppenräume in der Bibliothek. Ich hatte zu der Zeit relativ viel an Laptop gearbeitet und meine Frau hat auch an eigenen Hausarbeiten und so weiter dort gearbeitet. Das heißt, wir haben viel Zeit in verschiedenen Bibliotheken hier in Karlsruhe verbracht. Und dann kam auf einmal der Hinweis, bitte Leute, kommt zum Lernen nicht mehr in die Uni, damit wir die Bib wenigstens zum Verleih von Büchern und für alles andere noch offen halten können, was wir nicht gewährleisten können, wenn ganz viele Studenten hier recht nah aneinander sitzen und auf ihre Prüfungen lernen. Nun, das hat auch nicht lange gehalten, kurze Zeit später hat dann auch die Bibliothek zugemacht, die Mensa hat zugemacht und dann wurden auch die ersten Prüfungen abgesagt. Logischerweise natürlich zunächst große schriftliche Prüfungen, aber auch von mündlichen Prüfungen hat das keinen Halt gemacht. Um das Ganze so ein bisschen in einen zeitlichen Horizont einzuordnen, die große Ansprache von Angela Merkel war am 18. März. Also die Ansprache von wegen, nehmen Sie Ihren Liebsten einen Podcast auf. Und meine Prüfung, meine mündliche Prüfung wäre am 17. März gewesen. Aber bereits am Wochenende davor war schon klar, dass der Betrieb so eingestellt werden muss und alle Leute ins Homeoffice gehen. Und so wurde meine Prüfung dann auch einen Tag davor abgesagt. Weil es nicht sonderlich cool ist, aber ich hatte schon im Voraus damit gerecht, dass sie abgesagt wird und deswegen nicht mehr wirklich gelernt. Und das war jetzt auch nicht die schlimmste Absage in meinem Studium. Die schlimmste Absage, die war 15 Minuten, bevor die eigentliche mündliche Prüfung gewesen wird. Und ja, so hatten wir dann Mitte März einen Zustand in der Uni, wo quasi alles so weit heruntergefahren wurde, wie es denn irgendwie möglich war. Das war in dem Kontext zumindest als Studierender jetzt aber nicht so drastisch, weil ja gerade eben sowieso vorlesungsfreie Zeit war. Jetzt einen Monat später, morgen ist es soweit und die eigentliche Vorlesungszeit beginnt wieder. Hier muss man jetzt einen ganz klaren Disclaimer stellen, weil ich kann nur von den Dingen am KIT reden. Noch genauer kann ich eigentlich nur von den Auswirkungen auf die Informatik am KIT reden, weil dort bekomme ich logischerweise die Auswirkungen selbst mit und weiß, was mit Veranstaltungen, was mit Vorlesungen und Prüfungen passiert, wie das an anderen Hochschulen ist. Dazu kann ich wenig sagen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich am Anfang des Videos schon Diskussionen gesagt habe. Weil mich würde brennend interessieren, wie das bei euch so gelöst wird. Und ich glaube, wir können in den Kommentaren echt eine ziemlich coole Diskussion auf die Beine stellen, wo wir uns austauschen, wie eure Konsequenzen so sind. Ich weiß, dass bei meiner Frau in der Hochschule Dinge nicht so optimal gelöst werden. Weil dort sehr viel mit Präsenz zu tun hat und Digitalisierung noch nicht mal buchstabiert wurde, fallen sehr, sehr viele Dinge aus. Es ist schon bald ein Semester auf Eis. Bei uns in der Informatik ist das zum Glück nicht so. Das sollte jetzt aber auch niemanden wirklich verwundern, weil für die meisten Sachen in der Informatik brauchst du auch gar keine Präsenz. Ich meine, ich habe das schon zuvor in manchen Semestern gehabt, dass ich maximal zum Mittagessen in die Uni gegangen bin, über den Zeitraum von einem halben Jahr, weil man sich die Dinge entweder zu Hause gut mit Online-Ressourcen beibringen kann, es Aufzeichnungen gibt oder Dinge gestreamt werden. Und genau das ist jetzt auch der Ansatz, wie beeindruckend viele Veranstaltungen in der Informatik einfach ja schon fast ganz normal weiterlaufen können. Also ich habe gerade eben nochmal geguckt, es gibt eine Online-Seite, wo man für seine Veranstaltungen die Sachen rausfindet und die allermeisten Dinge werden entweder aufgezeichnet, live gestreamt oder sind Online-Konferenzen über die üblichen Verdächtigen. Also aktuell sind ja wirklich die ganzen Konferenzsysteme und so weiter. Also ich habe schon so viel Müll jetzt die letzten Tage auf meinem PC installiert, weil jeder irgendwas anderes nutzt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Tatsächlich finde ich in vielerlei Hinsicht Aufzeichnungen von Vorlesungen sogar angenehmer, als dafür extra in die Uni zu gehen. Also natürlich ist es ein eigenes Gefühl, in die Uni zu gehen und sich noch einen Kaffee zu holen von mir aus und im Vorlesungssaal mit vielen anderen zu sitzen und dem Professor zuzuhören. Natürlich alles klar, aber oft ist das Tempo der Vorlesung halt nicht das, was du gerne hättest, weil es entweder zu schnell ist, weil du irgendwie gerade einen Zusammenhang nicht verstanden hast oder gerne nochmal kurz selber was dazu recherchieren würdest oder in meinem Fall oft halt viel zu langsam. Und dann schweife ich ab und das nimmt dann solche Ausmaße an, dass ich mich in eine Vorlesung setze, fünf Minuten zuhöre und dann über eine Stunde programmiere und dann auch nichts mehr mitbekomme, was bei Aufzeichnungen nicht der Fall ist. Wenn du die Geschwindigkeit hochstellen kannst oder vorspulen, wenn irgendwas vorgestellt wird, was du so schon mal gehört hast. Klar degradiert das irgendwie die eigentliche Idee einer Vorlesung, aber zumindest in der Zeit, in der wir leben, mit den digitalen Möglichkeiten, die da da sind, habe ich damit persönlich jetzt kein Problem. Und deswegen finde ich die Änderungen, die es jetzt gibt mit den Aufzeichnungen, mit den Online-Streams, es ist gut, wenn in irgendeiner Form ein Rückkanal existiert, aber auch dort wurde, zumindest weil ich das online einsehen konnte, an sehr vielen Stellen Wert draufgelegt, sodass man auch Fragen stellen kann, wie das eben in einer richtigen Vorlesung ist. Und das macht auch keinen Halt vor Seminaren, wo natürlich eine ganz andere Ebene der Interaktion notwendig ist, als in einer Vorlesung, wo du halt mit ein paar hundert anderen da sitzt und zuhörst, was dir der Professor zu dem Thema erzählt. Bei Prüfungen wiederum ist das Ganze natürlich nicht ganz so einfach, weil einfach mal eben Skype aufmachen und eine 25-minütige mündliche Prüfung abhalten. Also das wäre technisch gesehen sicherlich möglich, aber Sachen Kontrolle von wegen Schummeln oder auf dem zweiten Bildschirm ein tolles Word-Dokument aufhaben, ist das natürlich nicht mehr ganz so harmlos. Und erst recht, wenn es dann Richtung schriftliche Prüfung geht, dann ist die Sache sowieso komplett gelaufen. Ich weiß nicht, wie hier die endgültigen Regelungen aussehen. Ich denke, viele hoffen darauf, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen großen schriftlichen Prüfungen kommen, dass alles schon wieder vorbei ist. Ich habe auch von einigen, sage ich mal, Fall-zu-Fall-Lösungen gelesen, dass wenn du im letzten Semester bist und unbedingt noch eine schriftliche Prüfung brauchst, dass du dann die Möglichkeit hast, quasi dich im Ausnahmefall mündlich prüfen zu lassen. Und was mündliche Prüfungen angeht, habe ich schon allerlei Dinge gehört. Es gibt mittlerweile eine Regel, dass ich glaube, bis zu fünf Personen immerhin gleichzeitig an der Prüfung teilnehmen können. Für meine mündliche Prüfung habe ich auch tatsächlich jetzt einen neuen Termin bekommen. Der ist in ungefähr zwei Wochen und das wird irgendwie so plus nochmal Konferenz. Ich bin gespannt, wie das laufen wird, ablaufen. Und ja, so werden die Prüfungen dann jetzt nachgeholt, die über den Zeitraum von einem Monat ausgefallen sind. Und irgendwie so wird es weitergehen. Und schon an dieser, ja, an der reinen Formulierung merkt man schon, das ist alles noch so ein bisschen, noch nicht 100% fest und viel Improvisation ist notwendig. Aber irgendwo finde ich das auch ganz spannend. Also ja, mehr kann ich zur allgemeinen Auswirkung und Umsetzung bei mir in der Uni aktuell nicht sagen. Wie gesagt, eure Erfahrungsberichte sehr gerne in die Kommentare. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf mich persönlich? Also zunächst mal, und das hat jetzt gar nichts mit der Uni direkt zu tun, ich hatte ein ziemliches Motivationsproblem am Anfang. Also die ersten zwei Wochen da reinzukommen, jeden Tag halt doch irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Bei mir ist es so, ich habe echt viel, sag ich mal, Wert drauf gelegt, irgendwie aus diesem Raum hier rauszukommen. Weil das ist irgendwie mein YouTube-Studio und hier arbeite ich an den Videos oder hier zocke ich von mir aus auch noch. Und die Arbeit in der Uni habe ich auch sehr gerne in der Uni gemacht, einfach um eine räumliche Trennung zu haben. Jetzt ist das natürlich nicht mehr möglich und das hat mir am Anfang schon so ein bisschen, ja, meine Motivation kaputt gemacht und insbesondere auch die Konzentration über lange Zeit an etwas zu arbeiten. Ein bisschen, naja. Aber das Problem habe nicht nur ich. Also ihr könnt da sicherlich auch ein Liedchen von singen und die Uni ist sich dessen auch bewusst und bietet allerlei Geiz und alles Mögliche an. Also so die sechs besten Tipps, wie man eine Konferenz richtig macht oder die sechs besten Tipps, wie man zu Hause richtig lernt. Und da sind die üblichen Verdächtigen dabei mit, dass man trotz allem regelmäßig frische Luft braucht. Dass man trotz allem versuchen sollte, wenn irgendwie möglich, eine räumliche Trennung zu haben. Ich habe hier ja noch ein Luxusproblem. Ich meine, ich habe ein eigenes Studio. Ich habe mehrere Monitore zu Hause. Ich habe einen gemütlichen Bürostuhl. Ich habe sogar einen Stehschreibtisch. Ich kann den hochfahren. Ich habe hier eine bessere Ausstattung, als viele in ihrem Büro haben. Das heißt, ich habe mich überhaupt nicht zu beschweren. Ein größeres Problem haben eher die, die, die so wie ich noch bis vor zwei Jahren in einer kleinen Einzimmerwohnung im Keller wohnen und deren Unterschied zwischen Arbeiten und Schlafen gerade mal einen Meter ausmacht. In dem Fall ist es wirklich nicht einfach, so eine räumliche Trennung hinzubekommen. Und in dem Fall ist es auch wesentlich bescheuerter, von zu Hause zu arbeiten. Und trotz der sehr guten Lage, glaube ich, die ich hier habe, dadurch, dass ich eben quasi Homeoffice lebe, hatte ich trotzdem am Anfang ein bisschen Motivationsprobleme. Mittlerweile ist es aber, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr viel besser geworden. Also auch zum Beispiel die Interaktion mit dem Betreuer meiner Masterarbeit läuft sehr gut einfach online ab. Einmal pro Woche treffen wir uns und besprechen meine Fortschritte. Und das ist mittlerweile so normal geworden, dass ich jetzt aktuell nicht mal mehr das Bedürfnis hätte, dafür in die Uni zu fahren. Wie sich das aufs Lernen auswirkt, weil wie gesagt, ich habe jetzt die Prüfung in zwei Wochen, die ich eigentlich vor einem Monat gehabt hätte, und dann noch eine andere Prüfung. Und so geht das dann auch so weiter. Das kann ich natürlich nicht sagen. Da das allerdings Themengebiete sind, sage ich mal, in denen ich schon drin bin, insbesondere, weil ich mich auf die Prüfung ja schon vorbereitet hatte, hoffe ich, dass mich das nicht zu arg betrifft und ich diese Balance finde zwischen, das hier ist irgendwie mein YouTube-Studio und irgendwie verbringe ich hier auch Freizeit, wenn ich irgendwas spiele. Und irgendwie arbeite ich an meiner Masterarbeit und dann muss ich auch noch gleichzeitig lernen, das wird schon irgendwie klappen. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zu der Frage, warum eigentlich fünf Monate lang kein Wild-True gab und wie aktuell eigentlich so die Situation in meinem Studium ist. Also weg von, sage ich mal, dem recht allgemeinen Teil, der uns alle betrifft, der dann alle Studierenden betrifft, der dann mich betrifft, zu hin zu eigentlich, ja, der Hauptinhalt von diesem Podcast normalerweise. Was mache ich eigentlich gerade die ganze Zeit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ne, ich arbeite tatsächlich gerade recht aktiv an meiner Masterarbeit. Ich bin da mittendrin und gebe momentan echt alles, was ich an Zeit habe, um dort voranzukommen. Ich glaube, ich übertreibe da auch schon wieder so ein bisschen, aber es ist egal, es ist meine finale Abschlussarbeit. Es ist die letzte Note, die ich in meinem Leben wahrscheinlich jemals bekomme, oder? Gibt es sonst noch irgendwas im Leben dann solche Schulnoten? Ich weiß es nicht. Also es ist halt einfach, ach ja, jetzt ist hier das Ende und ich finde mein Thema mega geil und ich bin meistens, wenn ich dann abends aufhöre zu arbeiten, sogar unzufrieden, weil ich gerne noch so viel Neues und mehr noch rausgefunden hätte und ich lerne dabei auch wahnsinnig viel. Also in wie viele Themen ich mich jetzt schon wieder reinarbeiten musste und wie viel, also es ist wirklich, es ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung aktuell, die Masterarbeit und dazu gibt es so viel zu sagen, dass ich mich gerade vor der Aufnahme dieser Folge des Podcasts dazu entschieden habe, dazu nochmal hoffentlich nicht erst in fünf Monaten eine eigene Episode zu machen, wo ich nur über den Fortschritt und aktuellen Stand der Masterarbeit spreche. Ansonsten neben der Masterarbeit habe ich noch drei offene Prüfungen, also eigentlich wären es nur noch zwei, aber jeden Hintergrund dazu wisst ihr ja schon und die Prüfungen sind irgendwie Teil des Problems, warum seit fünf Monaten kein Wild 2 kam. Denn was ich Anfang des Jahres hatte, also bevor ich dank Corona und so andere Sorgen hatte, war mit das größte Motivationsproblem, das ich bis jetzt in meinem Masterstudium hatte. Also ernsthaft, wenn diese Folge sich nicht mit den aktuellen Situationen beschäftigt hätte, hätte sie wahrscheinlich den Titel gehabt, irgendwie kein Bock mehr auf Studium oder sowas. Und ich kann es mir nicht wirklich erklären, denn die Inhalte der Prüfungen, die ich jetzt demnächst habe, die sind am selben Institut wie meine Masterarbeit, die haben teilweise keine hundertprozentige Überdeckung, aber eine so hohe Überdeckung mit dem Wissen, was ich schon habe und dem Wissen, was ich auch brauche und dem Wissen, was mich auch mit am meisten interessiert, wie keine anderen Prüfungen, die ich bis jetzt in meinem Studium abgelegt habe. Und ich weiß echt nicht, vielleicht ist das auch Teil des Problems, warum ich so ein Problem habe, mich zu motivieren, darauf zu lernen. Weil das irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass ich mich so viel in diesem Stoff schon bewegt habe oder auch bewege, dass ich keinen Bock habe, jemand anderem zu beweisen, dass ich mich in diesem Thema auskenne. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Ich habe jetzt noch zwei Prüfungen an meinem eigenen Institut. Die eine hat mit der Software-Evolution zu tun, was mega spannend auch hinsichtlich der Architekturprüfung ist, die ich ja schon, also Software-Architekturprüfung ist, die ich schon abgelegt habe, weil dort nochmal viel in diesem Kontext dazu kam. Auch viele Dinge, die ich auch tatsächlich so selbst als auch Entwickler an jetzt diverser Open-Surf-Software so mitgenommen habe, die auch so ein bisschen mein Denken darüber nochmal auf den aktuellen Stand gebracht haben. Also sehr spannende Vorlesung. Und das andere ist dann modellgetriebene Softwareentwicklung, was sogar noch näher an meinem eigenen Thema dran ist. Also das sind Dinge, die ich schon damals für meine Bachelorarbeit mir halt selbst beigebracht habe, weil ich sie gebraucht habe, nochmal sauber zusammengefasst. und auch das wirklich mit eins der Top-Themen in meinem gesamten Studium, was mich mit am meisten interessiert. Die letzte Prüfung, die wird dann nochmal zwei Monate später sein. Da geht es dann viel um Empirie, was insbesondere Wissen ist, wo ich der Meinung bin, dass ich es dringend nötig habe, weil das auch, ja, also das hat ja Auswirkungen auf nicht nur die Informatik oder nicht nur die Softwaretechnik, wie es dort angewandt wird, sondern das ist, glaube ich, Wissen, dass jeder, der in irgendeiner Form an der Uni studiert hat, mitbringen sollte. Dass Zahlen eben nicht nur Zahlen sind und was bei einer Messung oder bei einem Experiment oder bei einer Studie alles schief gehen kann, dass man selbst, wenn irgendwelche Zahlen wunderschön aussehen und voll eindeutig, dass das noch lange nicht heißt, dass sie deswegen signifikant sind. All das ist dann die letzte mündliche Prüfung, die ich dann noch im Sommer haben werde. Ja, und dann wird die Masterarbeit abgegeben und Vortrag erhalten und dann bin ich technisch gesehen MSC, Master of Science. Aber also so fühlen tue ich mich aktuell noch nicht. Da müssen jetzt erst noch die letzten Hürden genommen werden. Mich würde jetzt am Ende brennend interessieren, was es so für Auswirkungen auf euer Leben hat. Also Klopapier haben wir ja mittlerweile alle wieder zu Hause, nicht wahr? Aber wenn ihr selbst studiert, wie handelt eure Hochschule oder eure Uni das? Wie einfach ist es in eurem Studiengang, wenn jetzt gerade nicht Informatik ist, mit den Einschränkungen umzugehen? Und wie geht ihr auch selbst mit den Einschränkungen um? Lass uns da gerne hinter den Kommentaren viel diskutieren dazu, weil ich denke, wenn irgendjemand hier auch nur ansatzweise ähnliche Probleme hatte, wie ich jetzt die letzten eineinhalb Monate, dann mag ihm eine solche Diskussion wahrscheinlich auch weiterhelfen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen oder Anhören und wir sehen uns hoffentlich in weniger als fünf Monaten. Ey, wie kann man bitte so lange für eine Episode brauchen? In der nächsten Episode World 2 wieder. Ciao!